Bei den Handballern von Frisch auf Göppingen läuft zurzeit nichts nach Plan. Auch gegen Aufsteiger GWD Minden konnten die Grün-Weißen vorheimischem Publikum nicht gewinnen. Mit 28 zu 28 stand am Ende eine gefühlte Niederlage auf der Anzeigetafel. Eines der Hauptprobleme der Göppinger war, dass das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Spielern nicht funktioniert hat. Dieses Problem zieht sich jetzt schon durch die komplette bisherige Saison. Das ist das, was fehlt jetzt derzeit bei uns. Einzelkämpfer, wir sind nicht Mannschaft derzeit. Und das ist ein Prozess, welcher sehr schwer jetzt vor uns zu kriegen und etwas verbessert. Aber jeder muss wissen, das ist ein langer Prozess, das ist ein schwerer Prozess. Und wir haben immer von Anfang an jede Saison schwere Zeit gehabt. Wir haben immer geschafft, ungefähr bis Pause eine gute Mannschaft zu kriegen. Mannschaft, ich sage, welche zusammen kämpft. Diese Mannschaft zeigt sich momentan viel zu selten. Eine mögliche Ursache dafür liegt nach Ansicht von Trainer Wilhelm Petkovic an zu vielen Auswechslungen und Rotationen. Das soll in Zukunft anders werden. Wir haben 14 Spieler und jeder erwartet jetzt, dass 14 Spieler jede 5 Minute kommt. Und das ist bekannt, dass ich nicht so bin. Ein Trainer, der jede 5 Minute wechselt und dass jeder bekommt die gleiche Spielzeit. Und das ist deutlich zu sehen jetzt. Wir haben keinen Stamm 6. Wir haben keinen Stamm 8. Wir haben jetzt 14 Spieler und jeder erwartet, jeder Journalist, jeder Spieler, jeder Zuschauer erwartet, dass jeder spielt bei uns. Nein, ich komme wieder zu meiner alten Taktik. Ich werde jetzt wieder, ich lasse das auskristallisiert, dass jeder weiß, wer ist der erste Mittelmann, wer ist der erste Halb links, wer ist der erste Halb rechts. Und der muss Selbstvertrauen auch haben. Und dann bekommen wir auch wieder unser Spiel. Und welche hat uns auch so viel Freude gemacht und so viel Erfolg gebracht. Erfolgreich sollten die Grün-Weißen am besten bereits am nächsten Samstag sein. Dann kommt mit dem Tuse im Essen ein weiterer Aufsteiger nach Göppingen. Bei dem Spiel geht es für die Mannschaft dann nicht nur um zwei Punkte, sondern auch darum, die Zuschauer wieder hinter sich zu bringen. Nach dem Spiel gegen Minden wurde das Team vom heimischen Publikum ausgepfiffen. Ich habe gespielt, schon bei den letzten paar Spielen, das ist nicht gute Stimmung in der Halle. Aber das haben wir viel geleistet, dass es so etwas gekommen ist, nach dem großen Erfolg, das hatten wir die letzten zwei Jahre. Wir sind schuld, das haben wir die Mannschaft betont, auch gesagt, gestern und vorgestern und heute auch vor dem Spiel, dass sie müssen kämpfen für unsere Fans, weil ohne diese Stimmung, was der Zeit ist, nicht da. Ja, wir sind nicht frisch auf Göppingen, aber wir sind schuldig und liegt an uns, dass sie zurückkommen, dass sie wieder gewinnen, diese Publikum, dass sie stehen hinter uns, dass sie kämpfen 60 Minuten und wir werden wieder Erfolg haben. Ob die Konzepte von Wilhelm Petkovic aufgehen, zeigt sich am nächsten Samstag ab 20.15 Uhr. Sollte es auch gegen den Tabellenletzten aus Essen nicht für einen Sieg reichen, könnten den Göppingern turbulente Zeiten bevorstehen. Sollte es auch gegen den Tabellenletzten.